Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 3 Erobingen Vorherrschaft auf Zybaturm Und da ist Buddy Lefty Jemmel, ja, ja, machen wir weiter einfach hier Ja, hier Teil 2 von Erobingen Vorherrschaft auf Altmetall, ne auf Altmetall, auf Zybaturm Wieder dabei ist wieder der Hildegarden, also Pekki, der eben schon dabei war Ja, und... Alter, da sind zwei Manni, Junge Bam! Drei, okay, drei Alter, irgendwie lebt mein Headset nicht, was ist da los, was ist da los? Nee, mach ich auch nicht, aber ich muss es mal laden lassen, vielleicht benutze ich es dann mal Alter, mit dem 44 Magnum Zielfernrohr, oder was sagst du, Junge? Hast du dann auch noch Zeit, eine Runde zu zocken, eine kurze Runde aber nur? Ja, okay Ja... 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 Ja, ich weiß Ich habe jetzt mal bei A eine Drohne hingestellt, du weißt was ich mein, also so ein Bodending da, du weißt schon Genau, die Gegner Wo sind die Gegner, wo sind die Gegner, wo sind die Gegner 300 Meter, nein Spaß, keine Ahnung Jawohl, da ist der Kill, PDWR, Rippe und der Junge Bam! Rexkill, Alter Ja, die konnte es nicht mehr platt machen, die konnte es nicht mehr platt machen, und der hinter uns wurde auch noch geanimiert Alter, ich muss jetzt mal bei diesem Marco Miller Pisskopf, Junge Spawner Alter, M5K, ich dreh durch, Mann Wirst du gespawned und direkt platt gemacht Ja, schon wieder platt gemacht, richtig nice Geil, Alter, die können dich kotzen, Junge Ahhhh Jetzt gehen wir erstmal zu Charlie hier und sichern mal Charlie Peggy hat gerade hier Claymore Fails ohne Ende Wollen wir hier gerade mal Charlie einnehmen BAM Achtung, das Einsatzteam ohne neutralisiert Aufwand Das Einsatzteam ohne Einstieg Bam Da ist keiner Ose Ich finde, wollte das nicht ever Alter, da campen sie da unten, die campen da unten, die campen da unten, pass auf, pass auf, ja man, jetzt kommt die M5K raus, ich spiele jetzt mal eine Runde mit der M5K, die geht eigentlich richtig nice ab, ähm, ich bin in der Nähe von A gespawnt, ich werde jetzt mal versuchen, was bei A zu reißen, da ist schon der erste Kill mit der M5K und werde ich direkt wieder gekillt von einem Kernel 100 mit der M16R3, die eigentlich im Moment richtig nice ist, und die geht böse ab, bam, Hilfe bei Kill, Links, links, ich habe links einen Hintenmarker bekommen von der Granate, hast du einen Muni? Ah, fuck, jetzt bin ich eh tot, jetzt brauche ich keine Muni mehr, Pass auf, da ist oben eben einer entlang gelaufen, ja man, Da hinten, da hinten, da hinten, Ja, ich auch, Alter, kennst du diesen Nachlade-Bug, wo der diese Nachlade-Animation nicht macht? Hatte ich gerade, Alter Mann! M320 rotzt er einfach da rein, ey, machst du nix. Da machst du einfach nix dran, ey, da machst du nix. Oh, da wärst du gerade aus dem Fenster rausgesprungen, richtig, ne? Oder versuch mal einzunehmen, ja. Ja, ich hab's gesehen. Komm. Komm. Nice. was 5 und ab gestiegen richtig er uns was von Wir wollen Avenger DWR Richtig nice 1000 Punkte kassiert Bis zum nächsten Mal Ciao